21 22 stops chrome bundesliga pick your team case break nummer 7 teams sind auf der rechten seite dank an alle fürs mitmachen viel glück hier we go also vielleicht ein stadium club bundesliga die sind aber leider ein bisschen teurer wir schauen mal vielleicht mal ihren half case je nachdem wie das interesse ist ein ding mal los nicht zusammenkleben würden bundesliga ich denke mal dass ich morgen mal zusammen vielleicht mal im haft ist erste box wie glück jungs hier wir go wir starten mit nein kein reflektor das ist ein parallel auf 199 für fc kölle team horn dann haben wir insert heroes of tomorrow für wolfsburg für franz wir haben reflektor für union insert ist unizibo für mainz und popo geht an freiburg griffo nummeriert auf 299 dann haben wir reflektor für leipzig die kamera mitspielen würde das wäre toll ich jetzt so heroes of tomorrow und refractor weiter geht es noch kein auto da wir haben timothy chandler für frankfurt refractor und leveling andreas mit seinem ersten hit hier mit fürd jamie leveling für gräuter fürd purple auto auf 199 das autogramm geht an andreas pink ist sehr dem hier für leverkusen rest auf 399 wir haben reflektor boateng hertha und paul wanner rookie reflektor für bayern wir haben lubetic für köln und refractor ist david raum für hoffenheim rookie das war schon die erste box so 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 All right, box Nummer zwei. wir starten mit aqua marvin dann die florian neue haus für gelater nummeriert auf 275 wir haben insel musialer reflektor essen wir haben julien green für fürd insel und anton stach für main nummeriert auf 399 hier kommt gar nix doch da reflektor kuni wir haben jonas hektor und maulida reflektor für hertha weiter geht's von so davis reflektor für bayern green musa diaby leverkusen auf 99 wir haben franks für wolfsburg kosino reflektor leverkusen lobby für köln wir haben kriegel reflektor für bielefeld purple ist auf 299 limitiert und das autogramm geht an becker und union scherwaldo becker für union mit dem zweiten hitz und und ... Ich habe es sehr gut gemacht. All right, Box Nummer 3. Good luck. Wir starten mit Top Eleven für Kaladzic und Stuttgart. Top Eleven Insert. Schlotti, Freiburg. Refractor ist Moriba, Rookie. Wir haben Hasebe, Insert. Und Prietl für Bielefeld Purple auf 299. Refractor ist Lacroix, Wolfsburg. Stiller für Hoffenheim, Insert. Und Thielmann für Köln, Refractor. Anton Stach für Mainz. Green. Auf 275, sorry, Aqua, nicht Green. Wir haben Adli, Leverkusen. Dahood Refractor für Dortmund. Und Autogramm Astor Brands. Für Wolfsburg Green Auto, passend zur Teamfarbe. Die ist nummeriert auf 99. Wolfsburg ist Roman. Wir haben Günther für Augsburg Blue. Auf 150. Refractor ist Beers für Stuttgart. Wir haben Green für Fürth. Und Refractor ist Niederlechner für Augsburg. Auf 150. ... wir starten mit anton stark war noch ein rainbow heute von ihm auf 75 limitiert mainz wir haben sydney leipzig wir haben ende für stuttgart arnold für wolfsburg und dann die leipzig auf 399 rena und frektor green ist höhler und freiburg 99 burkhardt für mainz und wenn sie bei ihnen über freckte wir haben asano für hochung aqua auf 275 eckeln kam für hertha lubic für köln fraktor und auto für hertha die ist auf 175 27 von 175 hertha bsc andere haaren insel baku reflektor und höhler reflektor für freiburg ab 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 Das war's für heute. 2-0 nächste box viel glück wir starten mit kosten für leverkusen auf 250 199 koni reflektor glattbach insert lindström rucki reflektor frankfurt wir haben aber nie die reflektor beers stuttgart florian würz reflektor und traum reflektor für glattbach lwd für glattbach insult und wie wäre es mit haaland pink auf 399 sehr cooler bibel der west bvb stiller mit frektor ane meyer richtig gesagt augsburg 150 die da wie insel der demir anton stadt mit rektor und pro bellingen pro bvb box hier auf 299 und das auto geht an angelo stiller hoffenheim die ist auf 150 limitiert 11 von 150 fast jeresie number we're not fast so 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. das ist gerade box nummer 6 hat auch ein autogramm getroffen box nummer 6 glück jungs wir starten mit nichts insert leveling für für haraguchi refractor musialer refractor alles gut musialer refractor wir haben baumgartner auf 250 für hoffenheim 199 mensch ich würde mich jedes mal bei den und dann die auge frakte riedle baku pink für wolfsburg auf 399 refractor ist leveling sydney insert leipzig wir haben timo horn refractor burkhard für mainz insert mecca refractor und so muss leihauto für leipzig nummeriert auf 175 christian rw leipzig stimme mal hier vor und interesse rw all right box nummer 7 rw leipzig rw 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 Das ist so schön. Das war's für heute. noch nicht hoffen ein paar diese andere der abfahrspieler still doch da steht doch da der reflektor autolubic für köln und die ist auf 175 limitiert manuel gedira reflektor union und harland noch mal zum zweiten zweimal eine harland auf 399 war zweimal harland auf 399 nicht schlecht oder kann sich sehen lassen reflektors lewandowski riemann green auf 99 für bochum und ins jackel passiert jetzt auf die maus geklickt bisschen mal gesungen wir machen weiter mit günther für augsburg koulibaly reflektor für stuttgart thomas müller bayern und noch ein auto war die gar noch keine auto ist sind die riebiger sorry roman glückwunsch an christian auf 299 sind die riebiger rookie auto das ärgert jetzt roman wahrscheinlich dass er die nicht gekommen hat er hat noch kein auto in den haaren grad richtig und es sind die riebiger rookie reflektor kommt auch noch hinterher ja wenn er nicht will meldet er sich sicherlich insert coach ab der bochum mein gott manche kleben recht fest modeste reflektor und das war diese box ja stimmt aber wenn wir ein rainbow haben will man alle haben oder machen wir ein paar noch was das ist was 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 war 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 Okay All right, next to the box, see you look Lasse Günther Insert, Lienhard Refractor, Riemann, and Purple is Mecca for Wolfsburg, Purple of 299, Refractor is Benzoaini, Rappach, Refractor is Arne Meyer, Augsburg, Georena Refractor, Jekyll Insert, Riemann Refractor, Hasebe Insert, Kotschab Insert, Schlager Refractor, Tabsobar auf 75, ja, und Auto geht an Bielefeld, Stefan Ortega, nice, jetzt ManCity, aber gut, Zaubert, auf 75 limitiert, Stefan Ortega, 4 Boxen haben wir noch 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 10 11 11 12 12 13 all right weiter geht's cedemia refractor rookie blue ist für stuttgart kaladzic 150 leveling insert reflektors aus der stuttgart und 275 sakaria reflektor marco reuss sind die räbiger nummeriert auf 299 schimakan reflektor petersen burkhard insert super meccano reflektor nein jetzt kommt schon wieder ein leipzig auto glaube ich wow sydney rebega rookie auto nummer zwei für leipzig und die ist nicht nummeriert zwei sydney autos leipzig räumt aber übel ab oder zweimal rebega plus parallel und sowas leipzig auto ff Schöne wir starten mit meins die erst nummeriert auf 250 wir haben kuni hat liebe frektor niklas stark und lubicic ist das orange oder gold ich glaube orange oder nein gold gold reflektor auf 50 für köln blumen reflektor und niemanden kadeera purple auf 299 union wir haben joe scali refractor beyaz schuttgart insert ekelenkamp refractor für hertha dem hier insert griffo refractor und paul wanner red rookie bayern die ist auf 101 von 399 und da kommt ein auto für leverkusen ein orange auto glaube ich leon goreczka könnte auch 25 sein gucken wer es ist viel glück es ist tapsobar auf 5 dieses global fracture auto auch nice tapsobar für leverkusen auch ein schöner hit zwei boxen haben wir noch zusammen alles dr k k k k k k k k Vielen Dank. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. zwei boxen noch schauen wir was wir noch kriegen wir starten mit kurzer für bochum blue 150 eckelenkamp wir haben fagir refractor die da wie und kamada für frankfurt pink auf 399 peeper insert gigabits refractor augsburg und bellingham refractor hazebel refractor und auto geht an niklas durch und augsburg die hat mario die ist nummeriert auf 75 niklas durch effektor baumgartner zentner refractor lute mokoko insert letzte box jungs last box d d d d d d d d Das war's für heute. Herzlichen Dank. Okay, hier geht's. Here we go, let's walk. Viel Glück. Here we go. Wir starten mit Ekelenkamp. Insert. Refractors of Rangs. Wolfsburg. Baumann. Hoffenheim. Dona Marlen. Refractor. Jonathan Tarr. Und Mucoco. Maolida für Hertha. Pink auf 399. Refractors Florian Kainz. Giekewitz. Oh, ist die normale, sorry. Ist gar kein Refractor. Pipa. Julian Green Refractor. Riccardo Pepe Refractor. Und Gold St. Juicy. Für Mainz. Auf 50. Ein Auto kommt noch. Und das ist hier. Refractor ist Ortega. Und das letzte Autogramm geht an Wolfsburg Lacroix. Purple Auto. Für Wolfsburg auf 199. Limitiert. Das war es für Case Nummer 7. Ich mache ein kurzes Recap von den schöneren Hits. Here we go. Purple Auto für Wolfsburg Lacroix auf 199. Wir hatten St. Juicy auf 50 Gold Refractor. Dorsch Auto auf 75. Paul Wanner Rookie auf 3,99. Lubitsch Gold Refractor auf 50. Rebega auf 2,99. Lubitsch Auto auf 175 für Köln. Musialer Refractor. Bellingham auf 2,99. Purple. Linz Röhm Refractor. Wanner Refractor. Und Braun Refractor. Dann die schöneren Hits. Cindy Rebega Rookie Auto. Nicht nummeriert. Und Angelo Stiller auf 150. Rookie Auto für Hoffenheim. Dann haben wir Tabso Bar. Gold Refractor Auto auf 50. Ortega Auto für Bielefeld auf 75. Und Tussar Auto für Hertha auf 175. Dann haben wir Sobosley Auto für Leipzig auf 175. Und Becker Auto für Union. Dann hatten wir Leveling Purple Auto für Fürth auf 199. Und Sydney Rebiger Blue Auto für Leipzig auf 2,99. Wir hatten noch ein Aster Franks Auto auf 99 für Wolfsburg. Und zweimal Erling Haaland Blue Wave und normale Pink Wave und normale Pink auf 3,99. Hier wird es limitiert. Erling Haaland. Sehr cool. Das war's für Case Nummer 7. Danke an alle. Bis mit, Mann. Hope you next time, we have a JP. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020